und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klember steinbaus ich habe das gefühl der hype um die playtif lucky luke sets ist so schnell verschwunden wie er angefangen hatte aber hier geht es nicht um hype sondern hier geht es ja darum ob diese sets gute spielsets sind und dementsprechend schauen wir uns diese sets natürlich trotzdem noch gemeinsam an und heute habe ich für euch drei von den kleinsten sets von dieser reihe mitgebracht die 4,99 sets die natürlich preislich nicht mehr allzu weit von den 7,99 sets entfernt waren aber die 7,99 sets haben vor allem von der teileranzahl natürlich noch mal viel mehr geboten diese sets sind zumindest wenn man unter playtif in der reihe das betrachtet doch teuer ganz große anführungszeichen wenn man es mit anderen herstellern vergleicht und natürlich noch einbezieht dass es ja ein endpreis in deutschland mit mehrwertsteuer ist dann ist es natürlich immer noch ein sehr sehr guter preis dafür obwohl ich bei der einpreisung von dem überfall set hier zumindest vom bild etwas skeptisch geworden bin die verpackungen sind sonst genauso gestaltet wie wir es auch schon von den anderen lucky luke sets kennen da gibt es also keine überraschungen was aber durchaus vielleicht für den ein oder anderen eine überraschung war dass diese lucky luke sets nur im laden gekauft werden konnten und eben nicht online mit dabei waren was unter anderem dazu geführt hat dass ich die sets leider erst später bekommen habe weil sie in den läden hier schon vergriffen waren und online wurden sie wie gesagt nicht angeboten das hat mich ein wenig gewundert es ist aber natürlich littles entscheidung wie und wann sie diese sets hier vertreiben weil wir jetzt aber von den verpackungen hier nicht mehr allzu viel sehen können mache ich das ganze doch mal auf und wir schauen uns zusammen die anleitungen und die steine tüten an und da haben wir die sets auch schon mal ausgepackt wir haben ganz links das überfall set in der mitte das weg waren und rechts das bade set ich denke es fällt sofort auf am meisten teilevolumen bietet das wigwam die wir auch mit abstand am meisten zusammengepresst in der packung und es fällt sofort auf bei der kutsche haben wir zumindest am teilevolumen sehr sehr wenig dabei die anleitungen sind alle im gleichen format die von der badewanne ist bei mir leider stark zerknickt angekommen was doppelt schade ist denn wir haben in jeder anleitung auch noch mal einen stickerbogen und dementsprechend ist bei mir der sticker bogen von der badewanne auch zerknickt angekommen die sticker klebe ich in dem fall aber auf weil es sich um kinderspiel sets handelt dasselbe gilt für das wigwam wo wir hier auch den stickerbogen haben und auch in der kleinen kutschen anleitung verbergen sich diese sticker hier über die steine qualität von den sets reden wir dann natürlich während des baus und wir schauen uns stellvertretend noch einmal eine anleitung hier an denn die sind alle ziemlich gleich es handelt sich dabei um auffalt anleitungen die haben alle dasselbe format die papierqualität ist völlig in ordnung und bei dem preis ist auch eine auffalt anleitung natürlich in ordnung schön ist dass wir hier immer eine teile liste mit dazu haben ich zeige euch die gleich noch mal von allen anleitungen und ihr könnt euch das video dann gern anhalten an der stelle die euch interessiert beim wigwam haben wir dann 26 bauschritte beim überfall set haben wir dann insgesamt 16 bauschritte und beim badewanne set haben wir 20 bauschritte bis wir das badeparadies für jolly jumper fertig gebaut haben ich denke wir werden bei den kleinen sets mit den anleitungen keine probleme haben und ich würde sagen wir finden das jetzt einfach zusammen raus fangen an zu bauen und wir sehen uns gleich mit allen drei fertigen sets wieder ich denke hier wird es kein zwischenbauschritt benötigen und damit sind die sets auch schon fertig ich würde sagen wir fangen an mit dem überfall rund um jesse james um diese pferdekutsche zu überfallen brauchen wir natürlich viel feuerkraft die haben wir hier mit gebaut da sind aber keine besonderen bautechniken oder überraschungen dabei es ist ein kleines goodie schön wenn es dabei ist dann haben wir natürlich noch eine kutsche die wir auch ausrauben können mit dabei ist ein pferd es ist jetzt kein super besonderer pferde mold aber ich meine pferde sind ja immer cool auch wenn wir hier auf jeden fall noch ein cooleres pferd vorfinden würden und dann haben wir auch den anhänger der über einen turntable hier festgemacht ist so dass man auch kurven fahren kann und der anhänger hinten mit lenkt wir haben diesen kleinen aufbau mit der kette die um den tresor geschlungen ist damit wir diese dann abmachen können den tresor beschießen können und bestenfalls den tresor entweder vom wagen stehlen können oder wahlweise den tresor auch auf dem wagen öffnen können doof ist es natürlich dass der tresor leer ist und damit hier keine beute zu holen ist und dann haben wir natürlich noch die jesse james figur ich habe sie mal auf der fabrik platte platziert die hier immer mit dabei ist und diese figur hat ähnliche probleme wie die lucky luke figur das gesicht ist absolut gruselig es soll halt etwas rüberbringen was es meines erachtens aber nicht schafft die drucke ansonsten sind völlig in ordnung also auch auf der brust und dem rücken aber mit die clippies figuren sind doch sehr gewöhnungsbedürftig und nicht unbedingt die highlights der sets was natürlich gerade bei lucky luke echt schwierig ist dass die sets dann überzeugen umso besser müssen die sets sein und dieses set ist ich meine es ist in ordnung aber es ist meiner meinung nach für platte clippies verhältnisse auf jeden fall zu teuer jetzt könnte ihr ja sagen wir haben hier aber ein pferde dabei das heißt es ist doch ein fairer preis weil pferde sind cool und für pferde bezahlt man eben einen kleinen aufpreis da habt ihr recht würde ich sagen wenn wir jetzt nicht zu einem problem kommen würden beziehungsweise sogar zwei problemen denn bei der badewanne ist ja jolly jumper dabei die schauen wir uns gleich als letztes an und beim wigwam den set mit den meisten teilen den größten teilen dem meisten bauspaß und ebenfalls auch einer figur genau wie beim überfall set haben wir zum gleichen preis auch ein pferd dabei und dann wird die preis argumentation durchaus schwierig mit dabei beim wigwam haben wir auch so eine kleine kochstelle hier die gefällt mir ziemlich gut simpel und einfach aber sie hat alles dabei was man braucht steine zur befestigung eine trans red round plate unter dem kochtopf die die glut darstellt und eben einen schönen kochtopf an sich dann haben wir wie gesagt das pferd mit einer indianer figur die indianer figur fällt unter genau dieselbe kategorie wie schon jesse james oder eben auch lucky luke also man muss sich schon wirklich auf die figuren einlassen um diese gut zu finden und wir haben ferdi mit sattel dabei was immer cool ist und nicht zu vernachlässigen ist natürlich das wigwam wir bauen hier drei sehr ähnliche wände weshalb zumindest in diesen teilen nicht unbedingt große überraschungen auftauchen trotzdem finde ich die konstruktionsweise davon sehr cool denn wir haben hier die wände so dass man sie aufklappen kann um das wigwam auch innen zu bespielen eine einrichtung finden wir hier leider nicht mehr außer wir stellen zum beispiel die feuerstelle rein und dann können wir das ganze bespielen und dann am ende wieder zusammen klappen damit es wieder ein geschlossenes wigwam bildet also ich hatte mit diesem set wirklich sehr viel spaß und meiner meinung nach aus dem lieferumfang und dem bauspaß den ich dabei hatte ist das das beste set aus den 4,99 set konkurrenz bekommt dieses set aber noch von der badeszene und die badeszene fängt am anfang relativ langweilig an weil wir einfach nur dieses ich würde schon fast sagen schachmuster auf die platte verlegen das hat jetzt nicht unbedingt mit einer großen spannung bestochen dann haben wir natürlich die badegelegen für jolly jumper gebaut diese sind vom bau nicht unbedingt verkehrt aber die transparenz sticker die hier auch noch über mehrere teile teilweise verklebt werden sind leider eine absolute katastrophe und generell würde ich euch bei den stickern empfehlen klebt bei jedem set nur die wichtigsten auf denn diese transparenz sticker sind einfach nicht gut und man sieht eben dass hier little platte irgendwo natürlich sparen muss damit die set zu diesem preis in den handel kommen was dafür dann abgesehen von den stickern wieder sehr überzeugt hat war die badewanne von lucky luke denn dies von der konstruktion für ein 4,99 set durchaus gut gelungen und hat mich von den bautechniken auch überrascht und sieht am ende auch sehr gut aus ich finde die badewanne stellen sie auf der verpackung und der anleitung gar nicht so gut da wie sie dann am ende rüber kommt wenn man sie wirklich gebaut hat auch hier haben wir wieder eine figur dabei die von lucky luke die kennen wir ja an sich schon von schneller als seinen schatten oder wie ich es genannt habe dicker als seinen schatten also ich wiederhole mich wir haben hier generell in der lucky luke reihe einfach ein figuren problem das trifft aber nur auf die menschlichen figuren zu auf die tiere die dabei sind trifft das auf jeden fall nicht zu denn wenn wir uns hier mal jolly jumper anschauen dann ist das wie aus den comics rausgerissen und ich finde das wirklich sehr gelungen und auch cool dass man an dieser figur wirklich ein wenig bauen kann denn man baut die beweglichen hinterbeine an die figur selbst an man baut den schweif und auch das kopfteil selbst an und so haben wir hier wirklich eine tolle jolly jumper figur und dann auch noch ein wenig bauspaß mit dabei und jetzt seht ihr noch mal alle drei sets hier zusammen stehen und jetzt kommen wir noch zu den zwei set übergreifenden themen eins habe ich schon angeschnitten die sticker stören mich hier immens weil es eben diese billigen transparenz sticker sind die beim aufbringen einfach meistens nicht gut aussehen wie gesagt für diesen preis ist das in ordnung aber hier empfehle ich euch lebt wirklich nur die wichtigsten sticker auf und lasst den rest weg ihr tut euch damit einen großen gefallen und die steinequalität war bei diesen sets jetzt für pläte für mich auch außergewöhnlich schlecht sie ist verbaubar aber ich fand sie für kinder einen tick zu hart also die haben sich teilweise sehr störrisch verbauen lassen und das vor allem beim überfall set was ja für mich auch schon von der konstruktion und dem lieferumfang sprich preis leistung das schwächste set aus der reihe war ein wenig besser wurde es dann beim wickbam und die beste steinequalität hatten wir dann beim jolly jumper bade set aber das fand ich schade weil das für mich die schlechtesten steine waren die ich von playtif je in der hand hatte wie gesagt immer noch verbaubar und in ordnung aber das geht besser und das haben wir eben auch schon von playtif besser gesehen und das ist schade dass gerade bei diesen kleinen mitbringsel set die eben gerade kinder oftmals in der hand haben hier die steinequalität dann hinterher hängt eine kaufe empfehlung gibt es aber trotzdem für alle sets denn alle sets sind immer noch ordentlich das beste set für mich ist wie gesagt das wickbam einfach durch preis und leistung und die steine menge die wir hier bekommen das zweitbeste set ist jolly jumper einfach weil ich jolly jumper so hervorragend finde und das macht eben diese badeszene aus und dann haben wir auch noch eine coole konstruktion bei der badewanne und auch der steineumfang ist hier für 4,99 euro absolut okay und das schlechteste set ist das überfall set also wenn ihr jetzt die wahl hättet und könnten nur zwei sets oder ein set mitnehmen dann wäre das die reihenfolge wo ihr zuschlagen solltet und das überfall set im zweifelsfall liegen lassen weil hier weder preis leistung noch das set an sich am ende zumindest für platte clippys verhältnisse super überzeugend ist und das kutschen set hätten sie super leicht preis leistungsmäßig und vor allem auch vom sinn besser machen können wenn sie noch einen kutscher hinzugefügt hätten denn die kutsche ist hier führungslos was schon mal nicht so viel sinn macht und dann haben wir auch noch die wenigsten teile den wenigsten lieferumfang also man hätte das set mit einem kutscher auf jeden fall noch mal sehr aufwerten können das ändert aber nichts daran dass wir hier immer noch ein schönes pferd brauchbare kutschenräder und auch ein wenig ausrüstung für wild west dabei haben deshalb kriegt es ganz knapp auch noch die kaufempfehlung von mir und ich kann deshalb auch alle drei kleinsten sets guten gewissens empfehlen auch wenn es mit abstrichen ist das sind keine must have sets aber man macht auf jeden fall nichts falsch wenn man die für zwischendurch mal mitnimmt oder eben zusammen vielleicht mit seinem kind baut wenn ihr natürlich eines dieser sets oder alle sets zero besitzt dann schreibt mir gerne eure meinung dazu in die kommentare schreibt mir auch mal gerne in die kommentare wie die verfügbarkeit von den lucky luke platte clippy sets generell bei euch in eurem lokalen laden ist denn ich habe das gefühl dass dort auch öfter mal nachgefüllt wurde und es deshalb mit den scalpern auch etwas zurückgegangen ist am anfang haben die natürlich wieder zugeschlagen ich glaube als sie das gemerkt haben zumindest wie gesagt in meiner region das nachgefüllt wurde dass die scalper dort dann ein wenig zurückgeschraubt haben besiegt sind sie deshalb natürlich noch lange nicht aber das wäre schon mal ein gutes zeichen und auch in diesem video noch mal kauft diese sets nicht von scalpern alles was über der unverbindlichen preisempfehlung es ist nicht empfehlenswert denn das große wo playtiv clippies überzeugt ist preis leistung und wenn wir preis aus der gleichung rausnehmen dann sind es eben auch keine überragenden sets mehr wenn euch natürlich dieses video gefallen hat dann lasst auch wie immer gerne einen daumen nach oben und abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick